Oh mein Gott, das ist so hell! Servite meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Runde! Nerolo Shorts! Heute mit dem Spiel MMO Paint! Äh, schätze mal das MMO steht für Massive Multiplayer Online blabliblub und Paint für Farbe. Oder für das Zeichenprogramm, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung was für ein Spiel das ist, ich habe es nicht mal getestet. Ich habe das einfach gestartet und dann stand da Enter Your Name und ich dachte mir so, Hey, fangen wir direkt da mal an, wir geben ein... Connecten! Connecten immer noch! Wow! Ich bin gespannt ob ich irgendwas zensieren muss. Ähm... Welcome Nerolo! Move around using the arrows! And zoom in and out to scroll wheel! Okay. Aha! Aha! Oh Leute, hier wird uns viel widerliches erwarten, oder? Aber hier sind doch wirklich schöne Sachen gezeichnet! Aha, hier ist... Wie cool! Aber wir sind gerade die einzigen Spieler, die auf der gesamten Welt online sind, was ein bisschen schade ist. Oh, hier hat jemand Items von Binding of Isaac nachgepixelt! Keine Ahnung was das hier darstellen soll! Oh, Apfelsaft! Ja... Ja... Aber da kann ich mir nicht sagen... Sie wurde doch nachgepixelt, oder? Wie heißt die nochmal? Rouge... Rouge von, äh... Shadow of the Hedgehog Saga, so... Ich muss gucken, ob hier irgendwo Platz für mich... Ach... Wie süß! USA! USA! Das sind richtig coole Leute, die das schreiben! WTF? Das ist cool! BATTLE STAR PORNO TINS! Okay... Na... Ey, 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 ey... Pfui, Pfui! Hallo Mädel! Ich guck nicht, was unter dir ist! Du sollst wahrscheinlich Jinx darstellen von League of Legends! Nein! Nein! Pfui! Oh, wie süß! Optimus Prime und... Megatron und ein Herz hier und so! Awww... Ich will auch irgendwo was malen! Okay, wir zoomen rein! Fangen wir mit was Leichtem an! Machen wir mal ein pixliges Herz! So... Das heißt, wir holen uns hier das schöne Rot... Dann machen wir noch so... Wählen erstmal schwarz aus... Ja, ist okay... Ist okay... Wollen wir einen Stift? Dann... Wir machen mal ein etwas dicker gepixeltes... Sooo... 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 Ich komme mir so minderbemittelt vor, wenn ich sehe, was die anderen Leute hier gemacht haben... Ja... Jetzt brauche ich Rot... Äh... Jetzt ausmalen! Ausmalen! Ja! Und nicht über das Schwarze, weil sonst muss ich wieder die Farbe ändern! Da habe ich keinen Bock drauf! Oh, ich finde das ist süß geworden! Schon... WTF? Lommen wir in unserem kleinen Bereich... Okay... hier ist unser kleiner abgesperrter bereich ich würde gern mit anderen leuten zusammen was machen das ist schade und was machen wir jetzt noch als letztes ich versuche mal was hinzubekommen jetzt könnte ich eigentlich so dahin schreiben that's all you want us ich bin noch innerhalb des feldes ich mach mal das ein bisschen breiter so dreist bin ich ist das nicht unglaublich niedlich nein ist es nicht ich habe keine ahnung ja das ist wie man video kommentiert ich mache kleine dinge internet aber ist pikachu habe ich immer sehen oh mein gott ist das niedlich und der vogel heißt petro das ist schon krass und hier eine sexy mitner die irgendwie ein bisschen zensiert worden ist gottse dank komm wir scrollen jetzt noch einmal raus und wir schauen was die map hier so zu bieten hat ok ach ja wir haben unsere spuren hinterlassen auch wenn ich gar nicht mehr weiß wo warst du doch hier oben oder da 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 scroll rein nee das sind nicht wir wo war ich und dann das denn das denn das denn das denn das denn das denn jetzt haben wir das ganze auch noch hier schön so wie heißt es unterschrieben wir haben ein herz gemacht und irgendwie etwas was für mich am ende wie ein helm aussah und deshalb so was hier gemacht bekommen jedenfalls wenn ihr auch hier irgendwas pixel wollt oder wissen wollt was ich hinter den boobies die seien frau da unten links versteckt dann klickt auf den link in der video beschreibung das war jetzt kein sonderlicher gesprächiger part ich werde vermutlich viel im zeitraffer haben alles mit musik unterlegt haben das ist erst ein kleines jetzt show als was weiß ich aber ich hoffe es gefällt euch trotzdem jedenfalls wir haben uns wir sehen uns auf wiedersehen ciao ja ja